moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr diesen zombie pilot benutzen könnt im packer punch raum wie ihr seht leute versammeln sich die zombies alle vor mir die klettern nicht hoch und greifen mich nicht an das einzige was ich hier töten kann ist der megatron oder die hunde aber wenn ihr den strom auslässt leute kommen die hunde nicht und der megatron den kann man ganz leicht mit dem feuerring töten also alle die noch die social distancing visiten karte nicht haben wo man 20 runden kein hit bekommen darf die können das mit diesem glitsch sehr sehr leicht machen ich zeige euch jetzt wie dieser glitsch funktioniert und zwar mit dem packer punch raum hier unten an der treppe hier hochklettern aber ihr dürft nicht direkt davor stehen und klettern sondern müssen ein paar meter zurück und nach vorne laufen und springen so dass sie in der luft quasi hochklettert und wenn ihr das dann gemacht haben sollten die zombies sich vor euch versammeln und natürlich könnt ihr hier auch den energie mainglitch benutzen aber für die 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 social distancing visiten karten machen wollen würde ich empfehlen nimmt den feuerring mit denn in runde 15 kommt ein megatron womit den feuerring sollte den eigentlich super schnell daumen bekommen ihr könnt ihr auch die gallo von der wand kaufen an der abschlussstelle die macht auch ein bisschen mehr damage und ja das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten bis zum nächsten video